Jo moin und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Places Squid 4 Black Flag So wir machen heute weiter mit der Erkundung in dieser schönen Stadt hier Und wollten eigentlich gerne diese Ecke machen Ich will aber dieses Shanty unbedingt noch haben Der fehlt mir doch auf dieser Seite Und dann geht's Step by Step weiter Ja, ähm, genau Das wird sich jetzt erstmal noch ein bisschen durch das nächste Filmchen ziehen Müssen wir dann irgendwann mal sagen Okay, wir machen dann mit einer Mission weiter Aber jetzt möchte ich jetzt mal weiter erkunden Ich weiß nicht, wie viel wir überhaupt sind Ich habe leider keinen Überblick bei diesem Stelle wird immer so kurz angezeigt So kann ich das jetzt irgendwie Da ist er doch Ja, ich hab ihn Jetzt noch mal den Kopf zu mir nicht Einmal bist du es jetzt kommst du mir nicht Wir haben tatsächlich nicht recht die Clear Das, was eigentlich so ein bisschen der Plan heute war Und guck mal, tatsächlich ist hier oben schon alles wieder frei Da fehlt, da ist schon wieder alles wieder aufgedeckt Gut, aber das ist jetzt nicht unser Thema Wir machen heute jetzt weiter Und zwar mit Ich würde sagen, wir machen hier unten jetzt weiter Hier ist eine Kiste Oh, Kokodille, wir müssen ein bisschen aufpassen Kokodille, da ist noch ein bisschen was Ja, aber wir kriegen es hin So Check, check, check Danke zweiter mit den Alimus-Fragmenten Und zwar reisen wir nochmal kurz hier für Stopp-Locken-John heißt der Shanty Aber wir können ja auch mal hier kurz in die Truhe hier Ach nee, weiter, was wir machen Wir machen gar nicht unten weiter Wir machen hier vorne weiter Wir haben hier ein bisschen was zu tun Hier sind nämlich noch ein paar Sachen Hier sind noch eine Truhe, ein Alimus-Fragment Äh, zwei Truhen und Alimus-Fragment Ja, dann machen wir doch erstmal da Wir sind ja schon in der Nähe Das heißt, los geht's Ich würde die Völkste nochmal so um die 20 Minuten ungefähr halten Damit wir Ein bisschen was vorbereiten können Und alles So, die Kiste sieht so aus, als wäre die auf dem Boden Wir können ja mehr oder weniger entspannt durch die Gegend rennen Wobei hier vorne zwei Wachen sind Aber die sind gerade für uns uninteressant, wenn wir denen nichts tun Wir können natürlich auch sagen Öh, scheiß drauf, wir holen sie uns Aber wofür auch unnötig Äh, wo ist denn die? Ach, die ist da drin Okay So Okay Mit Du darfst aber eigentlich auch mal So ein bisschen Bocker zacken Mach mal auf Von 9 von 22 Wir haben jetzt bald schon Die Hälfte Aller Truhen Wir werden jetzt auf 10 stellen Und zwar hier oben Oh, die ist schon mal schön versteckt So Weil wir jetzt nur mal erzählen Wir arbeiten uns jetzt Step by Step vor Bringt ja sowieso nichts Irgendwie groß was zu machen So, was haben wir denn hier oben noch? Hier oben ist noch irgendwo ein Animus-Fragment Weil wir könnten auch mal nochmal sagen Wir können Weil der Bock drüber können wir mal eine Mission wieder machen Aber wir machen jetzt erstmal ein bisschen erkunden Wir müssen Bis wo wir hier in Wasser Ja, wo wir dich ehrlich sind Ich mache jetzt mal doch die Erkunde komplett Weil Es macht jetzt Ach, das ist da oben, okay Weil ich weiß nicht, ob wir es dann irgendwann gesagt Wir müssen weiter Wir müssen wieder raus Und ich möchte sehr, sehr gerne Mir alles angucken Dazu gehört, das gehört am Spiel dazu Klar, auch wenn es ein bisschen nervig ist Mich nervt es ja genauso Ich bin ja auch immer jemand Ich kann sagen auch lieber Scheiß drauf Ich mache jetzt ein paar Nein! Du solltest nicht da runterspringen, Asche Hä? Scheffe, du sollst nicht da runterspringen Ich soll es euch da oben bleiben So So Komm mal jetzt So Da kommt auch Mit deinem Das ist wie verarscht jetzt Aber da vorne sind wir vorspringen Das heißt, wir können da hoch Genau Ich will da hoch Ich will das Ding haben hier Ein weiteres Animus-Fragment Na super Haben wir das auch Ähm Es gibt insgesamt nur zwei Assassinenaufträge Die gehören ja irgendwo mit dazu Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt Ähm Weil ich will Für eine Folge sind die wahrscheinlich zu kurz Die Dinger Und machen jetzt quasi hier den Chanty noch schnell Dann holgen wir nach oben vor Dann haben wir nämlich auch alles Ähm Und dann machen wir den Assassinenauftrag Und den weiteren Chanty Also quasi dieses Ding hier Und dann machen wir hier die Achse Warum wollen wir nur jetzt gerade mitten irgendwo Kann ich dich da runter? Jetzt Puh Aber gut Wir lesen uns ja wieder auf Ja, spring am besten noch weiter runter Ich wollte eigentlich da hinterher helfen Okay, doch da in Ruhe hoch Ja, schön, danke Dass du das jetzt unbedingt machen musstest Geh weg So, kann ich jetzt Kommt das wieder runter irgendwann Oder bleibt das jetzt da oben? Will mal Oh, ich hasse sowas Wenn du dann nicht so kurz was vor dir da bist Und plötzlich das Chanty wieder wegfliegt Na gut Egal Passiert Weiter Ja, die Chanty sind am schlimmsten meiner Meinung nach Weil Äh Die Fliegen halt weg Bewegen sich halt Ich wollte mal den Assassinenauftrag geben Geben wir erstmal in die Kiste hier Warte mal Das ist da oben, ne? Oh, geh doch da Aus der zweite Mal hoch Was ist denn das Ding? Ach, da ist das Da oben drauf, okay Okay Ich probiere mir der Fenster Da komm ich So Jetzt muss ich gerade überlegen, wie komme ich da Da muss ich ja hoch irgendwie Sag mal Du sollst klettern Du sollst klettern Ich springe erstmal da Kilometer weit weg Egal So Kannst du da hochgehen jetzt? Oder willst du da jetzt irgendwie Wurzeln schlagen? So Jetzt Meine Fresse So Okay Assassinenauftrag Den heute machen wir zum Abwechslung mal Was haben wir denn hier Eine Bande von Templer-Freibäutern hat kürzlich vor der Küste Einige Handelsschiffe aufgebracht Okay Sie verstecken sich und die gescholene Güter irgendwo in der Stadt So Ein Attentat hier Das ist hier vorne Ja Krieg mal hier hin Wie soll es sich denn fein Ich muss jetzt mal Ich sollte es nicht hoch So zu weiter Hier ist noch eine Kiste Oder Die höre ich doch richtig Irgendwo Ja Hier ist irgendwas Aber das ist was anderes Das ist ein Aufzug Aber da können wir hochkommen Gehen wir da hoch So Jetzt bin ich doch wieder auch mal zu Jawohl Ein weiteres Shanti Nummer 2 Ich sag ja Die Shanti ist noch mal nervig Weil die Weil du da teilweise echt Den Leuten hinterher rennst Paddy Dolls Boots So Das ist aber hier nicht The Boots and Made from Walking Das ist wieder was Eine andere Geschichte War So Wir sind in meinem Sperrgebiet drin Natürlich Klar Hier befindet sich irgendwo ein Feind Komm her Da ist mein Kollege Das war eigentlich nicht mehr Verzüglich Also ich hatte jetzt einen Feind entdeckt Aber Ja Das kriegen wir schon noch hin Ah So, der Piratenkapitän. So. Aber nicht. Mission geschafft. Das ist die jetzt blöd, dass wir jetzt tatsächlich voll in die Kiste da oben, wo ich sein wird. Ein Chatty. Ach, schätze, ich hätte von der anderen Seite kommen sollen. Ich kann ja wieder weniger, die mir jetzt hinterherlaufen. Willst du mich schlaxen? Willst du mich schlaxen? Ich hab das nicht gerade gehabt. Ja, ich nehme jetzt mal das Fragment hier mit. Das ist Nummer 8 von 13 insgesamt. Wir haben noch ein bisschen Luft, aber ich würde gar nicht an diese scheiß Kiste da oben reinkommen. Die genervt mich gerade so, bis ich da nicht reinkomme. Hier ist eine Tor. Hier ist noch ein Gebiet. Also wir haben auf jeden Fall den Assassinenauftrag erledigt, würde ich sagen. Machen wir noch einen? Machen wir noch einen, ja? Würde ich sagen. Wir haben wir gerade schon dabei. Dann haben wir so nämlich einmal alle weg. So. Zick jetzt. Ach, verdammt. Ja! Ja, du sollst hochklettern, oder? Ich gehe erst mal um Kiel mit. Ja, dann ist das Schwende, Hals-Wanty. Ist egal. Ist nicht wichtig jetzt. Gehen wir noch hin. Viel haben wir ja nicht mehr. Machen wir schon noch den einen, dass das Zielauftrag, dann haben wir nämlich das auch erledigt. So, was haben wir denn als nächstes? Eine Bande Gesetzlose ist für die Ausbreitung von Gewalt und Brutalität in der Stadt verantwortlich. Sie trefft sich häufig in den Sinn vor der Stadt. Tötet den Anführer und meldet ihre Angriffe. So, das ist auch das Letzte, was wir heute tun. Kann ich da jetzt so auf 10 reisen? Wird so einfach, ne? Da brauche ich doch nicht hinlaufen. Vielleicht kriege ich den per Attentat. Es ist an der Zeit, zuzuschlagen. Ich weiß, es war so. Geschafft. Wie geil ist das denn? Das war zu easy. Ja, ich weiß, ich habe gerade mal doch... Wie geil ist das denn? Das war easy. Also, das war jetzt, wenn ich ehrlich bin, eine der einfachen Nummer, weil wir nehmen die 1.500 real mit. Oh ja. So, wir machen trotzdem mal klein, wir werden uns trotzdem jetzt schnell auf die Kiste hier angeln. Aber ich war für 80, 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 ich glaube, okay. Warte mal, die Kiste steht doch nicht, weil sonst hier... Irgendwann, irgendeinen Sinn werden die Dinger doch haben, die werden uns doch irgendwo hochhelfen. Natürlich. Oder wahrscheinlich hier, ne? Ja, natürlich. Da ist die Kiste, okay. Meins. So, Hälfte haben wir. So, wir haben jetzt aber tatsächlich sogar schon alle Assassinaufträge erledigt in dieser Stadt. Ah, gut. Gut. Böse, böse Krokodil. Das lassen wir jetzt gerade mal einfach so sein, wie es ist. Da ist noch eine weitere Kiste, sehe ich gerade. Aber das ist, glaube ich, die, die wir schon eben verfehlt haben, ne? Aber die muss ja irgendwo zu holen sein. Die muss ja irgendwie zu holen sein. Das heißt, wir werden mal kurz einnehmen. Das heißt, wir können heute noch ein bisschen was machen. Also, wir haben noch ein paar Minütchen. Wir haben noch so zwei, drei Minütchen, wo ich sage, okay, die machen wir noch. Und die werden wir auch noch machen. Die werden wir auch noch nutzen. Wir haben jetzt Auswegspunkte und Assassinaufträge. Wir haben fast alle, wir haben die Hälfte da drüben. Wir haben noch drei Notenblätter zu tun. Das war eigentlich bei Absicht. Aua. Aua. Also, aber wo ist denn dieses... Die Kiste ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Okay, die ist wahrscheinlich noch einfacher zu finden. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Ich kenne. Und sie ist nämlich oben. Ach, geil. Das ist die eine Kiste, die hier oben steht, ja. Das hat doch irgendeinen Sinn. Das hat doch irgendeinen Sinn, dass die da... Dass wir da hoch müssen. Warte mal, was steht die denn? Da steht die! Vorwege oben, die steht hier unten. Nummer 12. Und es fehlen noch zehn Kisten. Also es wird jetzt... Oh, das ist noch eine. Dann nehmen wir die mal kurz immer schnell mit. Dann waren wir auf 13. Und dann machen wir Feierabend für heute. So. VW Gebiet. Wir klären jetzt so nah und nach so ein bisschen die Gebiete. Ist ja auch so ein idealer Punkt, ja. Ich finde, wenn... für eine... Dings, ne. Warte mal. Die ist hier drin. Oder? Ja. Da ist sie doch. Hammer sind. Nummer 13. 181 Real und ein bisschen Silber... Silberkreuz. Ja. Wir müssen leider erst mal ein bisschen weiter in die Mission machen, damit wir weiterkommen mit der Jack Door. Aber das ist jetzt erstmal nicht unser Thema. Hier oben ist noch was anderes. Das ist ein Manuskript. Wir sind schon mal hier. Wir sind hier. Wir machen's. Wenn ich schon mal hier... Wenn ich schon mal in den Gebieten bin, kann ich das auch machen. Komm. Hier ist noch. Moin, Seth. So. Wo ist der Kollege? Hier. So. Gut. Kiste. Okay. Weiteres Geheimnis. Und damit haben wir auch die Geheimnisse dieser Stadt alle gelüftet. Und weiter. Und Zucker. Okay. Jetzt ist aber für uns heute Feierabend. Wir sehen uns dann in der... Wo doch nicht. Da ist noch was. So viel zum Thema. Ich hab grad so Bock auf dieses Spiel. Tut mir leid, liebe Leute. Nein. Alles gut. Wir kriegen schon hin. Das ist da oben auf dem Schornstein sich das gerade. Richtig. und ich komme mal fertig. Fresse. Sind ja ich sag irgendwas um die 20 Minuten müßlich gerade. ich will nur etwas holen keine sorge ich bin sofort wieder weg so ich bin jetzt auch wieder raus aus eurem gebiet keine sorge ich lasse euch alle in ruhe ja mach ruhig ach das hat er gesagt okay er wird nur mit 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 kapitänen gut dann haben wir das auch soweit ich will gerade wo weiter als nächstes hingeht ich habe hier oben ist noch mehr genau hier oben ist noch mehr das heißt wir werden uns hier hochbegeben auf diesen aussichtspunkt und werden dann den restlichen teil um machen wir sehen uns in der nächsten folge wieder und da geht es weiter mit assassin's quid